Bei der Ukraine-Hilfe geht es jetzt darum, das von Russland bedrohte Volk mit allen Mitteln zu unterstützen, um die Herausforderungen des Winters zu bewältigen. Die von Frankreich für Dienstag einberufene internationale Konferenz verfolgt zwei Ziele. Absicherung von Winterhilfe und Weichenstellung für den Wiederaufbau des Landes. Aus Sicht der Ukraine ist in der aktuellen Kriegsphase koordinierte Hilfe das zentrale Thema. Die Zeit für Verhandlungen sei noch nicht gekommen. Winterhilfe und Neuaufbau sind also die Kernthemen der eintägigen Konferenz in Paris, an der fast 50 Staaten und über 20 internationale Organisationen teilnehmen. Von französischer diplomatischer Seite wird das gute persönliche Einvernehmen zwischen den Präsidenten Emmanuel Macron und Volodymyr Zelensky betont. Europa leistet den Löwenanteil der Ukraine-Hilfe. Die Pariser Konferenz sei eine Antwort der zivilisierten Welt auf den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Ukraine brauche Hilfe zum Überleben und zum Widerstand leisten. Auch ukrainische Diplomaten lobten im Vorfeld der Konferenz die exzellente Kooperation mit Frankreich und die konkrete Hilfeleistung des wichtigen EU-Akteurs bei wirtschaftlicher und sozialer Hilfe. Denn die Ukraine brauche rasche Antworten und Lösungen für ihre Probleme. Sechs Millionen Menschen hätten keinen Strom. Die Energieversorgung sei zur Hälfte ausgefallen. Im Zentrum des Pariser Treffens stehen demnach konkret die Bereiche Energie, Wasser, Lebensmittel, Transport und Gesundheit. Präsidentengattin Olena Zelenska, die ebenfalls nach Paris kam, engagiert sich im Gesundheitssektor. Die ukrainische Seite erblickt in der Handlungsweise Putins angesichts des Wintereinbruchs eine Taktik des Terrors. Nachdem militärisch nicht die erhofften Erfolge erzielt worden seien, richte sich der russische Terror auf die Gefahren des Winters, um die Ukrainer zu zermürben. In diplomatischen Kreisen der Ukraine ist man dennoch zuversichtlich. Putins Zermürbungsversuche würden keinen Erfolg haben, die starke Moral des ukrainischen Volkes nicht brechen. Putin bräuchte eine Erholungspause, doch den Ukrainern bringe ein Kurzzeitfrieden nichts. Sie bräuchten vielmehr Soforthilfen in vielen Belangen. Der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasil Jimenez, findet dazu konkrete Worte. Vorerst gelte es, laut ihm Putins Winterterror zu überstehen. Die Ukrainer müssen weiter unterstützt werden, ihr Wille, ihre Widerstandskraft, ihr Mut müssen gestärkt werden. Die Ukraine brauche einen nachhaltigen Frieden. Daraus folgt nach den Worten des Botschafters, Aufrufe zu Vermittlung und Friedensgesprächen werden derzeit nicht ernst genommen. Erst später, nach der Putin-Zeit, können eine neue Situation entstehen, wo über Vermittlung gesprochen wird, so der Botschafter. An die internationale Ukraine-Konferenz schließt sich in Paris eine bilaterale Konferenz von Unternehmern. Etwa 500 französische Firmen wollen die wirtschaftlichen Möglichkeiten und vor allem den künftigen Bedarf der Ukraine ausloten. Hierbei spielen Energieversorgung und Energietechnik eine wichtige Rolle. An der Pariser Konferenz nimmt von österreichischer Seite Staatssekretär Florian Thurski teil, der unter anderem Agenten der Digitalisierung und Informationstechnologie vertritt.